Ja, das steht dir ernst an, aber es war auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Das tut es. Habe ich für uns alle. Wir haben alle einen Teil in unserem Herzen von jedem, aber meine Gefühle sind nur für eine Person irgendwie übergeschlagen. Gesundheit. Danke. Ich fühle ein bisschen doch mehr für Diana. Alles gut. Aber ich habe dich auch sehr ins Herz geschlossen. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Die Enddreißigerin bricht ihre Zelte ziemlich zügig ab. Tschüss. Ja, tschüss. Ich bin auf jeden Fall traurig, dass Sascha sich gegen mich entschieden hat, weil ich mich halt geöffnet hatte. Klar, ich wünsche Diana und Sascha das Beste und dass es funktioniert. Und vielleicht kriege ich irgendwann einen neuen Versuch. Sorry, dass ich gerade so abgerauscht bin, aber ich brauchte mal zwei Minuten. Selbstverständlich. Alles, lass dich drücken. Sascha hat mir schon sehr leid, weil ich sie auch ins Herz geschlossen habe, als eine gute Freundin jetzt schon in einer kurzen Zeit. Sascha. Ja. Ich wünsche der Sarah alles Gute und hoffentlich findet sie noch ihren passenden Deckel. Ich freue mich, dass du dich für mich entschieden hast. Auf eine gute gemeinsame Zukunft. Ja, auf jeden Fall freue ich mich. Ich mich auch. Mit Diana einen Ausflug zu machen, unser erstes richtiges Date. Beim Teta-Tet im Tretboot gehen die beiden frisch Verliebten auf große Fahrt. Guck mal, wir heben ab. Es funktioniert. So, genug getreten. Wollen wir ein bisschen Bräuschen machen? Ja, sehr gerne. Oh, allerdings leh. Wasser vergessen. Das ist nicht schlimm. Man kann auch aus der Flasche drehen. Ich glaube doch, so ein bisschen bin ich verliebt. Sogar sehr. Das ist echt am Prickeln, du. Ja, das ist gut. Genauso prickelt mein Herz. Möchtest du denn heute Abend schlafen, im Hotel oder bei mir? Wenn du möchtest, kann ich gerne bei dir übernachten. Ja, darüber würde ich mich sehr freuen.